Eine halbe Stunde? Hat das schon gedauert? Okay, crazy. Würd ich mal sagen, ich hab natürlich am Anfang auch noch ein bisschen von der anderen Stuff gebraucht. So, achso, Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League. Wir spielen wieder Pasta 3 und ja, let's go. Oh, ich hab ein bisschen vergessen, Intro zu machen. Ich denke, ihr habt es gemerkt, aber hey. Das passiert auch wieder im Stream, also schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Das stream ich auch ab und zu. Ist in der Videobeschreibung verlegen. Schwierig. Also schaut da auch gerne mal rein. Gut geklärt, gut geklärt. Ah, sorry. Ach, wie fliegt er denn? Oh, sorry. Okay, ich dachte... Komm, der ist... Ach, Mannes. Ich find das so bitter, würd ich sagen. Na gut, vielleicht auch ein bisschen schlecht einfach, aber... Na ja, das trifft ihn auch halt perfekt, dass er genau unter die Latte geht. Schwierig dann. Oh, ich hätte zwar nicht fahren müssen. Oh, der dritte Mate hat es auf jeden Fall gut gemacht. Ich weiß auch nicht, warum ich am meisten Punkte habe bei uns. Aber ist eigentlich mir auch egal. Ach. Nö, was macht er denn? Das war doch ein Save fürs Tor. Eigentlich, dachte ich jedenfalls. Naja. We have time. Ja. Äh, schade. Wäre geil gewesen. Okay, was macht er? Naja, das ist halt... Weiß ich jetzt nicht, ob man das machen muss. Okay, er ist da. Nicht so geil da gewesen, tatsächlich. Ich vergesse schon wieder, das zweite Mal die Taste zu drücken. Perfekt. Naja. Er geht halt den Weg. Und nicht direkt das Turm. Dass ich lange gewartet habe. Dass tatsächlich was passierte. Das müsste gehen, oder? Ja, clean, Mann. Sehr geil. Also, das... Damit ist es dann schon mal der Ausgleich erst mal. Die Taube. Na klar, man kennt ihn. Ähm, jo. Meine... Oh. What they are doing? Kommt da wer? Was buscht dann der zweite Mate? Ach, er flippt da gerade rüber. Okay, das ist natürlich ein Lucky. Hm. Er war doch wahrscheinlich schneller als gedacht, ne? Oh, ich hab den Bus nicht getroffen. Ich will loser. Naja. Was soll das? Ach, komm schon. Irgendwie haben wir gerade ein bisschen wie das Struggles. Würde ich sagen. Oh, das ist ganz schlecht. Zum Glück. Hab ich ihn bekommen? Was spürt ihr denn? Ja. Ah. Dammit. Okay. Ich bin erstmal weg von der Mitte. Ach. Ja, ich bin ein bisschen zu zeitig losgesprungen. Weil ich mich da schon positionieren wollte. Aber es war natürlich... ...völlig... ...schlecht war. Hm. Ich meine, ich hab... ...die meisten Punkten aktuell bei uns. Eigentlich nicht allzu schlecht. Ah. Nicht schrecklich runtergezogen. Zweiter. Na, das fehlt uns halt die Absprache, weil wir randoms sind. Ist das ein bisschen difficult. Ja, schwierig. Wollte ich sagen. Wollte ich sagen, bitte nicht in unsere Richtung Tor. Ich glaube, wir werden das Game nicht drehen. Nicht mehr jedenfalls. Ach, komm, was mach ich? Und halt wieder der Zweite noch. Jetzt brauchen wir aber nicht auf... Also, die paar Sekunden, die sind mir jetzt eigentlich auch egal. Na, ja. Sagen wir mal so. War jetzt nicht ultra berauschend. War halt wieder los. Für Anfang der Folge natürlich nur nicht, dass das passiert. Was auch sonst. Wir gehen direkt rein. Bankdrücker. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine geile... Okay, für die Torschüsse... ...sir... ...hab ich auf jeden Fall ein bisschen wenig Tore gemacht. ...tatsächlich. Da ist meine Statistik sehr schlecht. Finden wir heute eigentlich auch noch ein Game, oder wie sieht's aus? Ah, das sieht wahrscheinlich ganz gut aus. Obviamente. Bisschen Motorsound. So... Okay. Verlasst mir niemand von denen. Auch geil. Auch... ...gute Variante auf jeden Fall. Okay, was er macht. Keine Ahnung. Gebrochen. Gebrochen. Deren Angriff. Oh, ne. Doch nicht. Okay. Mist. Krinko. Krinko. Was? Äh... Ich wollte gerade sagen. Irgendwer müsste ihn haben. Keine Wand war jetzt eigentlich nicht so smart. Aber was soll ich sonst tun? Okay, müssen alle wieder... Hä? Hä? Wie hab ich den so berührt angeblich? Kann ja gar nicht sein. Kommt in die Mitte. Kommt nochmal. Warum ist niemand da? Ah... Uah... Uah... Go for this... Ach, komm schon. Ich hab's wieder... Vermasselt. Ja, okay. Dann wäre zwar nochmal möglich gewesen. Sogar. Na! Ich wollte gerade sagen, er bumpt noch. Mit Absicht. Gut, natürlich macht das Sinn, noch zu bumpen, aber... Ich hab nicht damit gerechnet. Au! Cleaner Torschuss. Was er auch für ein Autofährt da, Alter. Ist so ungeil. Die anderen haben wenigstens einen Octane und einen... Äh... Äh... Wie heißt der? F-F-F-Fanik? Ah, schau, der hat fast... Klappt der Autoplay... Oh, was ist denn hier los? Die Autoplayen sich ja auch nur... ...gegenseitig. Na, hat auch ein bisschen höher... ...und schneller. Einfach sauber ins Tor. Was soll man dazu sagen? Ich hab echt wenig Punkte, wenn ich das so mit dem Team vergleiche. Guck, wir haben beide in der Parade, aber sonst... Äh, Torschuss hab ich halt nach, aber... ...Torschuss ist halt wie irgendwie nicht viel... Okay, der fährt wieder nicht. Dieser Typ verwirrt mich echt sehr. Äh... Was macht denn da? Warum? Äh... Äh... Wie ist denn das passiert? Naja, das ist, glaube ich, schon wieder relativ... ...narkis. Der zweite wäre ja fast dran gewesen von uns. ...und halt auch nur fast noch. Okay. Den müsste er haben. Gut. Da könnte wer von... ...ran gehen, aber... ...tut es doch. Double Commit ist nicht so geil. Ah, er ist da. Oh. Ein Gegner hat das Game gelassen. Ist das jetzt ein Vorteil für uns? Ich würde sagen... ...ja... ...rein da... ...ins Tor. Let's go. Er hat's zum Glück noch bemerkt. War, glaube ich, auch ganz gut. Der einer von den Gegnern ist nicht so gleich losgefahren... ...und noch mal stehen geblieben. ...und der andere kam halt dann erst zu spät. Hätte ich weiter nach rechts gespielt. Hä? Wäre der erste auf jeden Fall nicht dran gekommen... ...aber der zweite vielleicht. Aber so war es halt perfekt... ...wil der erste nicht so wirklich... ...gefahren ist, ne? Er hat auch noch so einen ekelhaften Klang, ne? Das triggert ja einen wirklich weg. Ne, da braucht man noch nicht so gern. Also kann man schon, wenn man ihn dann von der Wand zuspielen kann... ...dass man ihn halt... ...spielen kann. Wenn nicht, dann braucht man da nicht so gern. Also, klare Sache. Nee, den habe ich ja gemisst. Hat er ihn? Ja, den... ...guter Schuss. Ja gut, ich meine, der Gegner... ...der einer, der es verlassen hat, ist zwar wieder reingekommen, aber... ...kommt ein bisschen spät. Das bringt... ...also, wenn wir jetzt noch drei Tore kassieren... ...binde ich echt enttäuscht. Von unserer Leiste. Jetzt hier so. Ach ja, perfekt. Da geht der erste schon gefühlt rein. Na, der Mähd. Ha. Kein Boost. Glanzparade. So muss es sein. Ja, die greifen wir noch nicht nochmal an. Gefühlt machen wir noch das Tor. Ah, schade. Upsala. Das wollte ich gar nicht. Die geht. So. Jetzt steht es wieder 1-1. Win und lose. Und jetzt kommt wieder die Entscheidung. Glanzparade mal wieder. Ja, man kennt ihn einfach. Dass ich auch so schlechter Rank hier bin. Auch in 10. Meine sonst, ich bin... ...im 2 bin ich... ...drei Stufen weiter oben. Da mit 1, ne? Oder? Ja, da mit 1. Oh, mein Stick hängen. Das ist natürlich nicht so geil. Der Stick hängt einfach gerade fest. Ich meine, der Controller ist auch schon nicht mehr der neueste. Parade? Hat den wir? Ja. Ist ja stark. Können die in die Mitte kommen? Tatsächlich aber nicht. Uah. Okay. Was ist das hier? Hm. Ich hätte ihn halt nach vorne spielen können. Okay. Jetzt hat doch immer jemand... Jetzt habe ich halt keinen Boost. Ach, okay. Ich verlasse mich mal auf ihn. Apple Juice. Auf Apple Juice. So schreibt man es zwar nicht, aber naja. Komm, 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 komm. Warum ist denn jemand? Wenn man wieder für ein 3 attackt, dann ist es halt nicht so ganz easy. Weiter nach vorne. Pushen, pushen, pushen. Oha. Okay. Stark von dem Mate. Können wir da nochmal nachsetzen? Wie ist die Frage? Ja, so halt nicht, ne? Was sollte ich... Ja, da reicht es halt nicht. Schade, schade, schade. Nicht so ganz easy, muss man sagen. Kommt in die Mitte, normally? Ah, der... Kam auch in die Mitte. Aber es reicht halt nicht. Aber dafür reicht es. Bin auf jeden Fall nach oben gestillt worden. Nee, kann nicht gehen. Okay. Er blockt. Er ist wieder da. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade nicht so viel zu tun. Ich habe trotzdem irgendwie ganz viele Punkte. Auch wenn ich das Gefühl habe, nie einen Ball zu berühren. Oha. Reicht das? Ist die Frage, ja. Also. Das war, real talk, was ultra Gutes. Die Parade davor, dann den nach vorne gespielt und dann den Cyber noch reingemacht. Weiß nicht, aber. Und dass das auch noch unser erstes Tor war, ist auf jeden Fall gut, ne? Ja, das ist halt dafür weniger gut. Vielleicht sollte ich auch einfach nicht so viel reden. Ah, das ist ja. Hm. Schade. Hm. Knapp. Wir haben hier kein Boost. Ja, was. Ja, was. Boots. Warum? Es gibt es ja nicht. Wie viel Anlag muss man denn haben? Ich will so ein gutes Game und dann geht er wieder so rein. Alter. Come on. Nice Push. ich weiß ja nicht also aber wenn er böse gemeint ist macht er auf jeden fall keinen sinn eigentlich auch nicht kommen dann noch die möglichkeiten für alles let's go let's go perfekt wieder clean darüber gespielt insane schwierig dürfen jetzt nicht noch kassieren in den letzten paar sekunden kurzer schock ja schwierig apple juice los sau sau geil 1-3 rückstand aufgeholt und noch gewonnen das ist auf jeden fall das geilste game gewesen bisher heute soll es dann auch tatsächlich mit dem video schon wieder gewesen sein wenn euch das video gefallen hat können wir gern daumen nach oben da lassen schau doch gerne mal von anderen kanälen vorbei und ja damit ich raus und tschüss drauf